Am 17. September zeigten die Models von Dodenhof in Form einer großen Modenschau die Trends für Herbst und Winter. Die komplette Veranstaltung lief unter dem Motto Streets of London. Authentische Details und ausgetüftelte Dekorationen rundeten das britische Feeling ab. Geschäftsleiter Michael Juh gab einen Einblick, warum gerade London in der kommenden Saison eine große Rolle spielt. Es gibt in diesem Winter, Herbst, Winter sehr, sehr viele Dinge, die aus dem rockigen Milieu kommen. Mit Strass besetzte, mit Stein besetzte Dinge, kernige Optiken, Leder kommt wieder stark. Und ja, da ist so die Rockszene eigentlich sehr naheliegend, dass man da auf eine britische Metropole kommt. Und ja, da denkt man natürlich als allererstes an London.